Musik Äh, oh, äh, noch tot, aber es geht weiter, äh Ah, äh, ja Der MK kann mal wieder gut speichern Grandios wie eh und je Du musst noch den Schüssel aus dem Swimmingpool holen, oder nicht? Äh, ja, das merke ich auch gerade Ich habe grandios gespeichert Nicht So muss das sein Speichern ist unnötig Mann Pisser Eben beim ersten Mal, sie läuft drüber und er sagt Pisser Eben, sie läuft wieder drüber und er sagt Pisser Hast du den eben auch reingesteckt? Ah, sie hat reingesteckt gesagt Ein Tino Park? Ja Hey Hey F5 Geh Nein, hinterher und Gleich kommt Godzilla Äh, leck Godzilla um die Ecke und Isst mich auf Godzilla Das ist doch aber kein Dehnung Aber so ähnlich Tod Die fällt es mir am besten Guck mal hier rechts raus Ich sag doch, da ist ein Dino Wie der immer trampelt, ey Da wackelt immer das ganze Bild mit Kann ich doch nichts dafür Wenn die hier so einen komischen Quatsch bauen Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt Du bist schuld, dass die das da gemacht haben Ich habe es allgemein gesagt Na Hier ist ja nicht mehr Hey, das sind die letzten Parts Hey, das sind die letzten Parts Ja Traurig Hier ist euer Holzi hier im Let's Play Ja Komm um die Ecke Ah, oder auch nicht Ich weiß, dass man den Dino Äh Erstmal musst du sterben Ich hätte es dir ja sagen können, aber ich wollte nicht Aha Weil den Dino, den will ich noch töten Boah Aha Ich glaube, das ist auch der einzige DLC Äh, DLC, da Ich habe schon drei Vectors-Cuts, wo ein Dino im Da drin vorkommt Oh Hä Ich brühe hier nicht rum Du hast hier nichts zu vermelden in dem Let's Play Mehr ist hier nicht Ist genauso viel wie ich, Dino Genau wie Ja, nee Lass uns Freunde sein Alisa dreht durch Die Langeweile besiegt Die Weite Ja Vor allem noch ein Medi-Pack Bier-Booms Kann ich doch dann einsammeln Und gleich geht die Musik wieder los Und speichern Boah, bist du gut Ich habe nur 29 Schuss Tot Was Ja, du musst näher Woa Boah Haha Ähm Da war doch noch ein Vierter Nee, nee Nein, überhaupt nicht Wo ist der Vierte? Der ist bestimmt Bucky Schrotmonie. Achso, da kamen ja die beiden. So. Aber wo ist der andere? Der liegt da am Tisch. Gar nicht gesehen, dass der umgefallen ist. Ich schon. Naja. Oh, Fackeln. Die brauchen ich. Lebensnotwendig. Viel für die Tiere. Die Sprecher geht der immer zu. So. Ähm. Das war nicht mein Plan, aber... Das ist eine gute Idee. Oder auch nicht. Ich muss aber hoch. Ja. Das wird doch eh nichts, wenn ich spiele hier. Ja, ne, wenn du nicht, wenn du spielst nicht. Kannst du nach links gehen. Ja, das habe ich auch gerade vorgehabt. Ich wollte was gemerkt haben. Achso. Ja, natürlich. Entweder sei es zu spät oder zu früh. Ach, leck mich doch am Arsch. Nein, das habe ich schon gesehen, dass die Kiste so mehr rechts... Na eben, anscheinend nicht. Da habe ich die Kiste nicht mal gesehen, wo ich gestorben bin. Das ist was ganz anderes. Natürlich. Du bist auch was ganz anderes. Ach so. Tja. Jetzt mal sehen. Mach mal kurz die Tür zu. Und da macht sie hier mitten im Let's Play Krach. Und hier ist noch Schrott-Muni. Hier muss ich gar nicht hoch. Äh. Doch. Ja, soll ich hier oben auch noch Schrott-Muni. Du musst da auch auf einen Kistenteiler und links-rechts, glaube ich, in der Ome an der Kiste ist. Ja, ja, genau. Da wollen wir uns da auch. Stimmt. Ja, so nicht. Ja, was, da oben ist nichts. Guck mal nach oben. Da ist absolut nothing. Nothing. Wow. Egal. Hier ist nichts. Aber irgendwie muss man auch in die Klappe kommen. Tja. Obwohl, da unten ist eh nur ein Secret, also Rain. Secret. Aber, was bringt das Ganze dann hier? Was können wir hier? Oh. Nur einmal im Kreis laufen. Äh. Hm. Ich bin überfragt. Rätsel selber. Rätsel selber. Dann, was muss hier sein? Aber wo? Ich weiß. Ist das auch. Sie verarscht mich. Ich verarsche dich nie. Das sagt sie jetzt. Ich habe Zeugen, wo ich das gesagt habe. Die können nichts beweisen. Da oben ist nichts. Wie zu erwarten war. Hm. Wo kann ich hier was ziehen? Das ist eine gute Frage. Aber wo? Ah, Moment. Die Kiste sieht verdächtig aus. Die sieht verdächtig aus. Kiste, nehmen Sie Ihre Arme auf. Sie sind verhaftet. Der war schlecht. Genau wie die. Ach. Äh, ja, ich weiß es. Ich weiß es. Warum schiebe ich die? Äh. Wiederherziehen. Ah. Ist doch gar nicht so schwer. Wenn man erstmal die Kisten gefunden hat. Ich wusste, dass man einfach die Kisten schieben kann. Aber ich habe sie erst nicht gesehen. Ich wollte sie nicht tragen. Weil sie böse ist. Du willst das selber machen. Und schieben. Und jetzt noch die andere. Na. Erstmal wieder herziehen. Und dann da reinschieben. Ah, Gott. Ach, die Tür ist schon wieder offen. Also. Unnötig, sowas zu sagen. Haha. Das mit dem Mikrofon eben auch. Haha. Unnötig. Nein, weil es das Börgeräusch verursacht. Vielleicht. Klappe auf. Affe am Leben. Oder so ähnlich. Und was haben wir hier? Wir haben hier. Eine Kiste. Und wir haben noch eine Kiste. Und noch eine Kiste. Und noch eine Kiste. Und. Tausend Kisten. Ich glaube, das ist zwar nur ein Secret hier. Aber mal sehen. So. Ihr da. Richtig. Wozu machst du das gleich nochmal? Äh, für ein Secret denke ich. Aha. Naja. Richtig. Aber wenn du es dem brauchst, den mach nur. Hm. Eigentlich wollte ich ja nicht, aber. Wenn man es schon findet. Man muss auch nehmen. Oh, und sie. Munition. Und sie macht Störgeräusche. Beim Muten und Enten. Ach so. Cool. Und dann ist sie richtig leise. Ein Secret. Aber es leckt. Nur wenn irgendwie die neuen Töne kommen, ist mir aufgefallen. Bei neuen Videosequenzen. Auch nicht schlecht. Bin ich immer noch leise? Nein. Aha. So. Magst du mich schnitten? Magst du mich schnitten? Ey, sowas unnötiges. Sie kommt auf Ideen. Was ist das? Ich nehm mich schnitten, oder? Ein Gesprächsthema finden, weißt du? Unnötig für... Wah! Magst du mich schnitten? Das ist mir sowas von egal. Ich will sie über komische Schnitten diskutieren. Du Schnitte, du. Kommt nicht dran. Ähm. So. Mögt ihr Milchschnitten? Schreibt es nicht in die Kommentare. Doch! Nein. Weil es unnötig ist. Möhm. So was will man nicht wissen, das braucht man nicht wissen. Und... Was? Ich brauche noch einen Teil? Äh. Aber ich komme noch ruhig weiter. Ich habe mir doch jetzt alles durchsucht. So was muss man wissen. Ich war da. Da war nichts. Da hinten war nichts. Aufzugsschacht. Sag mir was. Außer, dass du nicht funktionierst. Und dass da unten Glasschirben sind. Warum sind wir... Ach, egal. Magst du mich nicht? Ah! Ich will diese Behinderte fragen, wie wir haben. Das ist doch sowas von... Bums, Rain, egal. Ja, oder nein? Hoch 93. Ja, aber da haben wir wenigstens ein Gesprächsthema, solange du noch stirbst. Ey, man soll über Spiel diskutieren nicht oder über irgendwelche Milchschnitten, ey. Nein, ne, gute. Über irgendwelche Milchschnitten, wie sie nicht schnitten, weil ich egal. Keine Ahnung von Let's Play, ey. Echt? Ja. Okay, bin ich jetzt nur ruhig. Bis. Man diskutiert über das Spiel... Äh. Und nicht über mich schnitten. Alter, und... Pust du hier nicht ins Mikro rein. Ich war gerade aus, aber okay. Immer bin ich schuld, ne? Ja, weil das Pusten... Ja, nur von dir kommen kann, wenn ich so... Ich war gerade aus. Ja, dann ist ein Mikro für den Po. Du auch. Äh, also hier hochklettern. Warte mal. Es stimmt, habe ich irgendwas hier unten übersehen, ich merke das schon. Aber sie wird es mir sicher nicht sagen. Ich habe ja eh keine Ahnung von Let's Play. Das hat ja nichts mit dem Let's Play zu tun, das hat was mit dem Spiel zu tun. Oh, 10 Munition! Aha. Es geht mir einfach nur um die Tatsache, dass man... Ah. Aha. Ich glaube nicht, dass ich da draufstehen kann, aber mal gucken. Stirb, Lara, stirb! Ja. Alter, wie es einfach nur leckt heute. Äh. 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 Hm. Bin leicht überfragt. So, weiter nach oben. Äh. Hm. Und der Bildschirm bebt. Oder hat gebebt. Ach so. Ähm. Da drüben war ich jetzt schon. Da drüben ist nichts. Da unten komme ich... Wie hin? Es ist doch alles... Käse hier. Käsebrot ist ein gutes Brot. Äh. Musst mal gesagt werden. Äh. Das wollte ich nur überprüfen. Magst du Käse? Brot. Mäh. Magst du Käse? Das ist so unnützig! Mögt ihr Käse? Das will mir keiner von meinen Abonnenten wissen, ob ich Käse oder Milchschnitten oder was auch immer mag. Mögt ihr Käse? Bevor sie hier noch weitere Fragen stellt, bis gleich.